Hallihallo, eine weitere Episode meines C++ Tutorials. In dieser Episode geht es um sogenanntes Call-by-Const-Reference. Ja, also wir kennen ja schon Call-by-Reference und so, aber was ist jetzt eigentlich Call-by-Const-Reference? Naja, machen wir einfach mal eine eigene Funktion, die die Attribute von unserem Menschen in einer schönen Art und Weise ausgibt. Also zum Beispiel hier void print mensch und das erwartet einen Menschen m. So, und hier geben wir jetzt nacheinander einfach die Attribute aus. Alter, Doppelpunkt, m.getalter, std-endline. So, und das kopiere ich jetzt einfach mal und mache hier jeweils IQ draus und Name. Und hier get IQ und get Name. So, und wenn ich das jetzt aufrufe, print mensch von m und ausführe, dann sehen wir tatsächlich die ganzen Stats sozusagen von unserem Menschen schön dargestellt. Ich sehe das Alter etc. pp. Was ist hier aber das Problem eigentlich? Das Problem ist, wenn ich diese Funktion hier jetzt so, wie es momentan ist, aufrufe, dann ist tatsächlich so, dass der ganze Mensch kopiert wird. Also alle Attribute werden kopiert. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr euch noch ein größeres Objekt vorstellt, irgendwie das eine Million Int-Werte in sich hat, dann werden tatsächlich diese eine Million Int-Werte kopiert. Das braucht Zeit und das braucht unnötigen Zeit. Das können wir uns sparen. Und zwar, indem wir das Ganze einfach per Reference übergeben. So, auf die Art und Weise haben wir tatsächlich dafür jetzt gesorgt, okay, hier wird kein Kopieren mehr stattfinden, sondern das Ganze, die Variable selbst wird übergeben. Wir haben hier allerdings wieder ein Problem. Und zwar der Aufrufer kann sich, wenn er den Header, also nur diese Zeile anguckt, kann sich nicht sicher sein, dass diese Funktion nicht vielleicht doch irgendwie meinen Menschen jetzt manipuliert. Irgendwie das Alter ändert oder weiß was ich was. Kann er sich nicht 100% sicher sein. Und dafür gibt es jetzt Const-References. Und zwar kann ich hier davor einfach nochmal Const sagen. Dann ist diese Referenz im Zusammenhang hier in dieser Funktion konstant. Also hier drin kann ich dann nicht mehr das Alter verändern, nicht mehr den IQ verändern und den Namen kann ich auch nicht anfassen. Sondern ich kann nur lesen noch. Ich kann nicht mehr irgendwas verändern. Und das ist natürlich jetzt auch für den Aufrufer schön. Der guckt sich den Header an und sieht, okay, das Ganze verändert offensichtlich nicht meinen originalen Menschen. Und das Ganze macht irgendwie keinen Kopiervorgang. Also das kopiert nicht eine Million Int-Werte. Gut, das war es wieder zu dieser Episode und zu den Const-References. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, es funktioniert immer noch. Ja, ich hoffe es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.